Auf jeden Fall. Wäre ich mal dafür. Gut Material haben wir ja die letzten... Vor allem, das geile ist, tatsächlich, wir hatten... Ich habe ja sehr viel Material durchgeguckt, was wir so gestreamt haben und so, ne? Über Star Wars. Und immer wenn dieses... Dieses... Was sagen die immer bei den Faust-Dings? Boom. Genau. Aber immer wenn das gut funktioniert hat, war auch eine Awesome Round dabei. Was richtig lustig ist. Es gab... Wir haben... Sonst haben wir immer schlechte Runden gehabt. Wenn mal eine gute... Also es gab nie eine gute Runde, wo dann kein guter Boom dabei war. Ein synchronisierter Boom. Ach ja. Ah, die Map? Oh Gott. Das ist ja mal ein ganz schlechter Einstieg. Ja. Ich komme irgendwie nicht klar auf die Map. So ein Chaos-Ding, ey. Guck mal. Oh, Lidl. Auf die Schwefelfelder komme ich ja mittlerweile klar. Es ist aber gut, dass wir die Vision aufgehört haben. Das Ruckern war total nervt. Gerade irgendwie, ne? Ja. Ich war schon dabei. Ich bin da gar nicht dran. Oh, hier neben mir ist da keiner. Ich komm, ey. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Von Papi Papi Papi. Boah, den kenn ich. Wir haben schon mal gegen den Geschwister. Das trifft sich gut. Das trifft sich gut. Ich muss mal eben das Pad wechseln. Das ist gut, dass er tot ist. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Jo. Komm mal. Gar nicht drauf geachtet, dass das Pad leer ist. Das ist bei mir? Hier sind welche. Hier sind welche. Hier rechts. Echt? Ab denn. Boah, ich hab ganz knapp überlebt. Oh, wie schön. Das ist noch einer. Ne, dann eine Granate. Das ist da hinten rechts drin in den Dinger. Ich hab eigentlich drückgeschmissen. Ab denn. Ja, ich hab mir drauf gemacht. Hast du den Druck gemacht? Da liegt Gas. Ja, stimmt. Hier ist Gas. Tatsache. Muss man hier vorne mehr das Ding nehmen. Ist er doch. Ja. Ich hab eine Umgebungsbombe. Ich hab ein Orbital. Ich hasse Orbital. Ich hab auf dem Map direkt. Das sind nix mit anfangen. So bist du, also. Sind sie über uns, oder? Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Irgendeiner schießt jetzt auch. Irgendeiner schießt jetzt auch. Ich würde gern wissen, wo die sind. Ich würde nämlich auch gerne mal ein Orbital zu denen. Da ist leider. Hab einen. Hab den Spitzen-Spieler ausgeschaltet. So muss das gehen. Das ist ein Statement. Da kommen noch mehr. Oh, der hat mich mit der Granate erwischt. Bin aber noch am Leben. Der ist da oben drauf. Nein, nicht noch ne Granate. Boah, fast. Ich weiß nicht, wie viele Granaten einwirfe ich. Der noch überstehen würde. Da ist schon ne Granate da hoch. Ne, da sind welche von uns da oben. Oh, shit. Oh, hinter mir. Ja. Boah. Ich lass mal wieder klarkommen hier. Was? 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 Nein, der hat mich auch. Der Master Yoda. Mit denen haben wir schon mal gespielt. Maspara Yoda. Da kann ich mich voll dran erinnern. Jawohl, da kommt noch einer. Drei Stück. Granate reingeschmissen. Hab den links. Den einen haben wir. Da kommen noch mehr. Rechts ist noch einer. Hab einen Orbitalangriff, bitten wir. Hab den da hinten auch. Ah, doch nicht. Okay. Hat nicht geklappt. Gut, dass es nicht geklappt hat, weil er kam nämlich. Hab den aber noch gekriegt da vorne. Ich lass da hinten mal einen Orbitalangriff hin. Komm auf der anderen Seite der Map gucken, ob ich irgendwas treffe. Jawohl, ich treffe sogar was. Geil. Haben wir was getötet? Sind da weggesprungen. Da hinten hat einer grad ums Leben gekämpft. Dann gehen wir mal dahin. Vorsicht. Vor uns. Unter den Treppen. Da war's hingeschmissen. Überraschungsei. Der ist immer noch da irgendwo. Aber nichts getroffen. Geh mal gucken. Ja. Achja. Wir sind ja nicht das Imperium. Stimmt. Nicht das Imperium. Ja. Aber wo schießt der denn da? Warte, ich bin nicht hinter dir. Ich war gerade woanders. Oh Gott, hier ist einer. Ich hab den ein. Ist dann abgeballert worden. Direkt hier. Ich hab ein Thermal. Ach, die sind über uns, glaube ich. Ja, die sind über uns. Ja. Die sind alle über uns. Super. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, sollen wir ruhig oben sein. Ja. Orbital. Hinter hier. Hammer. Und bei dir ist einer vor uns. Ja, ich hab da auch ein Orbital, ein Ding hingeschmissen. Hast du was? Ich hab den getroffen, aber nicht so. Ich hab eine Granate hingeschmissen. Vorsicht. Oben sind welche. Boah. Ja, hier vorne auch. Ich bin schon wieder gestorben, ey. Wir haben einen Pilz. Geh direkt rechts. Ab den. Oh, noch einer. Facken oben auch. Ja. Holy shit, Chaos. Haben wir überhaupt noch welche im Team? Ja, wir haben noch ein paar im Team, aber nicht mehr so viel. Oben. Orbital. Nein. Ach, Orbital. Thermal. Thermal, ja. Hab denn da oben einen Kopfschuss? Boah, du Sack, ey. Hier rechts. Ah, der hat mich. Mit einem Schuss. Der hat nicht mehr viel Energie. 2, 0, 0, 0, nur eine Granate, bitte. Ach, der Mar, ich hab nicht überlebt. Hammer. Oh, Hilfe. Kann ich, kann ich kürze. Ah, fack, der hat einen Beschuss, ich weiß, da kam einer hinter mir. Konnt nicht zu mir. Gott, zu heftig gerade, hier im Gefecht. Einen habe ich. Das sind noch mehr, ne? Ja. ist doch nicht normal der ist auch tot ok, da oben die haben wir hier wo ich bin, kommen welche ich hab ein Orbital hab den hab den hier bei mir, ich bin tot da sind drei, vier stück, na zwei ich komm zu dir, links neben euch ja, ich hab da ein Ding freigeschmissen nein, der hat mich den haben wir oben auf dem Ding ist einer ja geh links wo die mal herkommen vor allem hast du einen neben dir was ist denn los hier mit unserem Gast der redet ja gar nicht boah ey ich bin hier nur auf die Treppe du auch hier ist einer hingeschwungen hab ich gesehen aber ich kill hier ein paar leute gerade ich kill einfach dann auch mal sterb alles gut weg ein bisschen hart durcheinander hier ich hab da was getroffen achso, da ist so ein kommiges Ding von denen ich hab wieder ein Orbital oha die ganze Truppe von denen ist auf mich zugelaufen boah, ganz knappes Spiel ja, ich hab jetzt immer Orbital geholt mach einen platt ja 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 Ja, aber. Mein Orbital, Alter. 99. Awesome.